Oh, I'll be long, I'll be long, I'm almost here. Watch me cry, all but the tears. Ready for that Shugyo Sora? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Ja, Goofy sagt es ja schon, Shugyo ist das Stichwort. Wir haben eine AR-Brille bekommen und sollen den Leuten jetzt hier quasi beim Trainieren helfen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es anfange, aber ich werde wahrscheinlich hier jemanden anquatschen müssen. Wir haben Baymax in unserem Team, okay. Der hat Level 38, da sind wir ja gar nicht so weit von entfernt, das ist doch gut. Fangen wir doch direkt mal an, ich schätze mal. Ja, legen wir los, ne? Whoa, whoa! Whoa, whoa! Okay, Datenringrennen. Okay... Ja... Was erzählt er? Ich höre nichts. So, wo denn jetzt? Da hoch vielleicht? Äh, Ringe? Ah. Ah, ja. Okay. Wow. Okay, das war nicht gut. Aber, hallo. Ich hätte euch auch mit einem gezielten Angriff töten können, aber ich musste natürlich beim Aufkommen besagen. Anzeige. Welche Anzeige? Da! Ja, kann sein. Ja. Ich müsste theoretisch auch mal rüberspringen. Aber das verkacke ich hier irgendwie. Hm. Kann ich nicht rüberspringen? Ich würde ja eher nur die Bahn wechseln, aber es geht anscheinend nicht. Ja. Oh, okay. Na? Ich glaube, ich bin dem beim Training keine große Hilfe. Ich glaube, ich bin dem beim Training nicht mehr. Einfach improvisieren. Ja, kriegen wir hin. Wir machen einfach die halbe Stadt kaputt. Das geht schon. Einfach improvisieren. Nach links, ja. Wahrscheinlich einfach rüberspringen. Und jetzt? Ah, Ringe. Feindlicher Beschuss. Ihr könnt nicht mal. Ich lasse die jetzt einfach schießen. Sollen die doch schießen. Was? Was soll ich machen? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich soll fliegen? Ah, aha. Na? Okay. Okay, das habe ich. Oh. Oh. Lauf, Junge, lauf. Oh Gott, auch noch. Mist. 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 Jawoll. Ha. Ich glaube, so war das nicht gedacht. Aber gut. Ich mache es so. Ja. 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 Ich glaube, das wird kein Highscore. Ich glaube, das wird kein Highscore. Ich glaube, das wird kein Highscore. Interesting. Gravity, not binding. Hey, wait. My laser hands can be projectiles. Change the weapon, change the attack. Whoa, a freeze attack. Fire and ice diametrically opposed. Or so we thought! Thanks, Sora. That should be enough data. And I think you sparked a new idea. Yeah, Zero. I think there's a way to write the rules of my Alexa mask, that the battery might have lost down to the floor. A hundred thousand dollars will have a battle on the end of the floor. Now, play the floor. Now, I have to keep the crew behind that. Hey, are you listening? Ohana, herzbeneint hat es mir, mit denen du mittels Koop-Kommando Stitch zur Unterstützung herbeirufen kannst. Ach, guck mal einer an. Ja, das sah jetzt in der Zwischensequenz irgendwie deutlich eleganter aus als das, was ich getrieben habe. Aber gut, lassen wir das. Plasmagewitter. Neige L und verwende deinen Plasmasturz, um Linien auf dem Boden zu ziehen und so Gefahrenzonen rund um die Gegner zu erschaffen. Aha, ich mal quasi so eine Zone, okay. Aha, drücke Kreis, um zu springen und so auch Linien in der Luft zu ziehen. Drücke Dreieck, wenn du so weit bist, um allen Gegnern innerhalb dieser Gefahrenzone Schaden zuzufügen. Als wenn ich da die Ruhe zu hätte in dem Kampf. Drücke Dreieck ... Ich habe mich zu erschaffen. Wir fangen an, ich habe mich da, zu schaden, dass ich immer noch nicht schaden. Dich, ich habe mich von mir und das! Ich werde mich gar nicht, aber ich habe mich gerade mal einen Weg zur Verfügung. Ich habe mich über jeden Tag und ich alle hingehen. Na, ich habe mich auf die Welt, die nicht nur danach geschlagen. Also, ich habe mich schon mal eine kleine Systeme gesehen. Ich habe mich dafür, dass du so ein bisschen zu gewinnen und zu schaden. Jeder kann mich allein zu sein. Ich nehme mich nur für Geräusche in das Video aus. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Das sollte es sein. Huh? Okay, ich hoffe, sie haben nicht allzu viel Blödsinn von mir gelernt jetzt. Was gibt es denn so an Fotomissionen? Hey, 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 ich kann ja alles schon kaufen hier. Mein Glückstern. Wohl gern ein Foto des Nachthimmels in San Fransokio. Okay, Nachthimmel, okay. Karpfen, die durch die Lüfte schwimmen. Fischförmige Windsäcke bei Tag. Auch in San Fransokio. Ah, hier ist endlich mal was von Paul Royale. Das habe ich ja schon vermisst. Der Wasserfall. Okay. Hm. Also, fischförmige sind Windsäcke und Nachthimmel. Okay. Achso, ich kann ja mal schauen, wie es mit Tränken aussieht. Habe ich schon eine Kupo-Münze? Ja, habe ich auch. Noch eine Preisbrustkarte. Habe ich doch schon vor einer Weile. Äh, so. Ich muss ihn jetzt immer fragen, damit ich hier rauskomme. Na gut. Na. Komm, Jero, lass uns rausgehen. Sora, bist du bereit? Oh! Das war's! Sora, above you! Ich bin auf einen kinder Begriff. Okay, ich kann es nachdenken. Okay, das ist ja auch so wichtig. Magik aus, ich glaube, das ist meine Magik. So, alles kaputt? Nö, keiner hat sich noch berappelt. Sonst noch mehr? So, irgendwo da oben. Hier oben oder da oben? Oder doch woanders oben? Ah, da kriege ich es ja angezeigt. Aha. Kann ich da hochrennen? Dann wollen wir mal. Da komme ich nicht hoch. Verdammt. Wo komme ich denn hier hoch? Hm. Okay. Muss ich einen anderen Weg finden. Donald? Goofy? Auf dir Hilfe? So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Äh, ja. Nee, das hatte ich eigentlich nicht vor, aber es funktioniert lustigerweise. Interessant. Ich komme da nicht einfach so hoch, ne? Ich muss erst mal auf ein anderes Gebäude rauf. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist aber auch ungeduldig, der Junge. Naja, gut. So oben auf dem Hochhaus haben wir jetzt ein Karussell aufgestellt. Wie, jetzt du lebst noch? Upsi-Daisy. 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 Hey. So. Achso, da kommen immer noch neue. Also von den Großen meine ich jetzt. Von den Kleinen waren wir klar. Upsi-Daisy. Was ist denn Abfangjäger? Lass uns das mal probieren. Okay. 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 Piece of cake. Wait, Sora. Something big's coming your way. Gotcha. I'll take care of it. Ein Dino-Angriff, ey. Ich kann nicht irgendwo hoch. Da ist irgendwie... Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Hey, trifft er hoch. Jetzt hat er sich. Okay. Wow. Das ist so sauer. Okay. Ob das jetzt so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Jedenfalls ist er ganz lauer. Wo bin ich denn jetzt? Vorab kann ich gerade nicht. Okay. Oh, habe ich direkt das Finale ausgelöst? Nee. Ich kann hier auch den Deckel abschlagen. Okay. Okay. Wow. Wo ist er denn jetzt? Hä? Auf welchem Gebäude ist er denn? Kriege ich keine Anzeige? Ah, da. Okay. Ja, danke. Das war sehr nett. Ach, da hinten ist er. Meine Güte. Dann muss ich da die ganzen Gebäude erstmal hochklettern und dann schmeißt er mich da gleich einfach runter. Ich sag's dir. Oh, ich sag's. Hier oben kann ich wahrscheinlich keinen Coop alt, ne? Doch, kann ich. Oh, das war gut. Gleich haben wir's doch. Dann schauen. Na also, geht doch. Ich habe eine Idee. Oh, das war gut. I can't aim if I can't see. Huh? Better? Much better. Freeze! Oh, das war gut. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Ich verstehe. Ich verstehe. Es ist ein Kamer-Boo! Fistbump Fistbump To display excitement Hiro taught it to me So like This Balalalala Balalalala Get ready Another one We're here Can't we pick on one our own size? It looks the right size to me Watch me scorch him with my freeze NATO The only tornado made of ice and fire You can get the wrong top position And the wrong captain of the guard Prepare to face Keyblade Hero 3 Oh come on And the crime fighting team of Big Hero 6 Together We're unstoppable Was that awesome Or was that Totally awesome Jumping I was pretty good My brother Your magic is amazing Do you think I could study it sometime? Why not? You just made Donald's day My brother wanted to help people Now we Try to do the same Your brother? Yeah Tadashi There was a fire And now he's gone But But he always wanted to make a difference He cared about people That's why he worked so hard to create Baymax I'm sorry He's still here In Baymax In all of us Tadashi He lives on in your hearts Huh? Yeah Yeah Right He will always be a part of us In some way And when you're not strong enough He'll make up the difference Oh Sora You okay? Uh Yeah Fine I'm fine I'm with you What? What? Great They're back Oh we got this Time for a lesson Charge Wait Guys That one's not like the others It can't be Microbots? Microbots? Huh? You know what they are? Well, they're different from heartless Microbots are designed To do whatever you think via a neurotransmitter That communicates what you're Huh? They're kind of a mini bot I invented Some bad stuff happened And I thought that meant they were totally gone But those enemies are way too similar Which means someone's controlling them The question is who? Huh? Could it be? Hmm I'm gonna go back to the garage and look into it some more You mind going after them? Sure Of course We need you on the science-y stuff Hey Max Stick with them All right Hero Sora Donald Goofy I will be your personal healthcare companion Oh Thanks Baymax We're in good hands Come on Let's move Okay Beeilung Quatsch Wir haben genug Zeit Was hat der gemacht? Der hat mich angepustet Naja gut Die Zeit ist rum Und deshalb Machen wir für heute Schluss Und folgen diesen Microbots dann beim nächsten Mal Ich hoffe ihr seid wieder dabei Und wir sehen uns Ciao ません Die Zeit Eben Wir treinen